Hallo Leute und herzlich willkommen back zu zwei dummen Behinderter, die Lampe bringt sich doch nicht. Unglaublich viel seh ich jetzt. Ja, wir werden jetzt mal in eine Runde gehen, weil so ein bisschen der Plan, den ich heute für die Folge hatte. Wirklich? Ja, zwei Runden spielt ihr da hier, oder? Ja. Das ist normales G, wo ist QSG? Ja. QSG. Ich bin heute ja auch nicht allein da, man hört übrigens immer, wenn du mit dieser Wachfilg nach machst. Ich denke, die Wetter da ist eine Runde auch einbauen. Ja. Ja. Oh fuck fuck fucking. Ich habe einige今日は schon gesagt, dass sieh mir immer nur Scheiße drin so hat. Genau wie mein Arschloch. Komm, nehm, wie konnte. Abschlag. Ich kann deine Mama von hinten, ja. Wow, 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 wow. In Resta. 8 Kempf ihren Mann war aber ich solche Schütze ich hab mich nicht mit dem ich habe keinen Schaden der Köln und der was war bei uns am Wochenende erzähl doch mal Markus L.P dass die eine gefickte Stil sind und die ja ich hasse Leute die schwitzen geht mir genauso im Real-Life-Spiel so jetzt sind wir dann in der zweiten Runde oh fuck der Dunkelmap das sehe ich gar nicht super blöde, nur nachholen da ist eine Ruhe dann live wooo 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 das ist nämlich die Licht-Challenge ich nenne das Video die Licht ins Gesicht-Challenge wik0 woooo wooo Ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Ja, wir spielen hier mit schwierigen Verhältnissen. Doch, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. A-ha-ha!